Ich lerne Deutsch. Nummer 15.028 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wohlstand kann auch bedeuten, Zeit für Familie, Hobbys und Freizeit zu haben. Wohlstand kann auch bedeuten, Zeit für Familie, Hobbys und Freizeit zu haben. Wohlstand kann auch bedeuten, Zeit für Familie, Hobbys und Freizeit zu haben. Durch das Studium der Geografie haben wir die Möglichkeit, etwas über andere Länder zu lernen. Durch das Studium der Geografie haben wir die Möglichkeit, etwas über andere Länder zu lernen. Alina ist vorhin an der falschen Stelle abgebogen. Deshalb hat sie sich verspätet. Das menschliche Auge ist so empfindlich, dass es ein einzelnes Photon wahrnehmen kann. Das menschliche Auge ist so empfindlich, dass es ein einzelnes Photon wahrnehmen kann. Diese Information ist beeindruckend und zeigt die unglaubliche Sensibilität des menschlichen Sehens. Was sollen wir heute unternehmen? Hat jemand einen Vorschlag? Was sollen wir heute unternehmen? Hat jemand einen Vorschlag? Lass es sein. Ich will das nicht. Das kommt für mich nicht in Frage. Lass es sein. Ich will das nicht. Das kommt für mich nicht in Frage. Lass es sein. Ich will das nicht. Das kommt für mich nicht in Frage. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich will das nicht in Frage. 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 Vielen Dank.